Musik So Leute, damit herzlich willkommen zu einer anderen Folge Titanfall 2. Diesmal haben Malte und ich wieder gezockt. Ich habe jetzt als Loader diesmal R97 benutzt, wie ich in den letzten Videos eigentlich fast immer getan habe, aber ich habe als Titan mal nach langer Zeit wieder Ronin probiert. Ronin habe ich ja eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich oft am Anfang gespielt. Ich glaube die ersten paar Videos waren auch eigentlich komplett nur mit Ronin. Das ist mein Lieblingstitan und jetzt habe ich eine Zeit lang eigentlich nur Arjen gespielt und jetzt habe ich Ronin mal wieder in dem Video hier, was ihr seht, ausgepackt. Und ich muss sagen, schlecht ist es nicht gelaufen, sage ich mal. Aber ich würde sagen, guckt euch einfach selbst an. War eine sehr, sehr geile Runde, waren ein paar coole Kills dabei. Nee, scheißegal, gerade. Halbwegs viel Aim von mir und, ja, ich, wie schon gesagt, guckt euch einfach an und viel Spaß. Alter, fuck, sind das viele und die sind gut in der Runde, glaube ich. Nee, die laufen noch alle, also, ja, sie können schon gut sein, aber die laufen gerade alle noch zusammen durch die Gegend, deswegen. Wie habe ich den jetzt so wenig getroffen? Also, das ist irgendwann irgendwo ein Craver-Dude. Was, wir? Nein, irgendwo bei uns. Ja. Der mit dem L-Star ist auch weg, noch ein Kill, dann ist mein Titan ready. Echt? Mein Titan ist mehr als ready jetzt. Na, dann habe ich dir gerade einen Kill geflaucht. Ah ja, hier ist ein Craver, warte, die nehme ich. Nein, nicht die. Meine, die Dan. Komm her, Ronin. Ich war schon lange nicht mehr mit Ronin unterwegs, Alter. Ich finde Ronin nicht so mega geil, weil der so Hit'n'Run hat. So was? So Hit'n'Run. Der hat wenig Leben und macht aber viel Nahkampfschaden. Das heißt, du musst mit dem reingehen und dann relativ schnell wieder abhauen, sozusagen. Wo ist der Dude hin? Ja, Ronin macht noch nicht mal so viel mehr Nahkampfschaden. Der macht glaube ich nur irgendwie 5 oder 10% mehr Nahkampfschaden, aber hat mehr Reichweite. Nicht mal unbedingt Nahkampf, sondern Close Quarters sozusagen, weil er eine Shotgun hat. Der hat natürlich nicht so riesige Reichweite. Ja, aber gerade habe ich da schon fett Leute weggeholt. Wie Pilot erfasst, ja wo denn? Jetzt nicht mehr, will ich sagen. Was versteckt der Typ sich hier denn? Oh, ich glaube, ich habe das nicht überhauen gehört. Die haben noch keinen Titan, die Leute. Ah ne, Quatsch, war es nicht. Ich gehe mal da hinten rein. Schwerts ist denn bereit? Menschen, die immer so, wenn die direkt vor dir stehen und Nahkampf benutzen, das ist so dumm, Alter. Wie hast du schon 19 Kills? Ja, ich gehe gerade ab, mit Ronin. Was geht? Vielleicht würde ich dich doch mal probieren, Alter. Komm her. Habe ich ihn noch? Ja, ich habe ihn noch. Ähm, also Iceplay mit zwei Y hinten ist absolut scheiße. So, komm, Skill her. Nein. Da kam einer mit Elster. Roni. Roni Magoni. Roni Magoni. Roni ist immer noch mein Lieblingstitan. Ich habe vergessen, wie geil es eigentlich ist, mit dem zu spielen. Ja, wie schon gesagt, der hat nicht zu wenig Leben. Sonst macht der auch Bock, ja. Da ist ein North Star. Ich weiß. Da ist ein Arlen, der wird mich wegholen. Ich wollte eigentlich den Piloten noch umbringen. Aber nein, der sitzt auf seinem Rücken und schiebt ihm gerade eine fette Battery rein. Also, ich habe dem, äh, Iron da mal ein paar, äh, Granaten von meinem Granatenwerfer in die Fresse geballert, ja. Nice. Ich gehe jetzt nicht da rum, weil da ist der Scheiß ein. Dann sterbe ich die ganze Zeit noch. Ich gehe lieber hier rum. Die haben gerade drei Titans. Ja, ich warte jetzt mit meinem Off-Rad noch. Ich renne dir hinterher, Tim. Du Stalker. Hier ist irgendwer. Ey, wo sind sie denn? Keine Ahnung, hier ist niemand, Alter. Da kommt ein Town von hinten, Tim. Ja, aber es ist unser Town. Ich weiß. Ja, ich hätte theoretischerweise meinen Titan, aber die sind trotzdem... Ne, egal, ich hole ihn jetzt. Hol, dann seid ihr vier gegen vier. Die Titans von denen sind eh schon geschwächt. Ja, die sind ja schon ein bisschen länger da. Ja. Und ich habe einen Batterie-Backup drin, also es kann ja nur gut werden. Da hinten sind sie also. Ja, da hinten sind alle. Oh, fuck. Das war ein Ronin. Nein! Ach, von hinten. Ich kriege gerade keine Kills. Ja, jetzt krabbelt ihr hier an diesem ein Stück Dreck hoch. Alter, die Titans von denen werden gerade zernommen. Ich habe meinen Titan auch wieder. Halt die Fresse, die feindlichen Titans sind, den ihr übersetzt. Hast du dir mal angeguckt, wer die steht? Die sind ja in der Überzahl. Zwei. Zwei gegen vier. Äh, fünf. Ich bin gerade richtig gut mit denen. Ich habe jetzt schon mein erstes Upgrade und ich habe noch nichts verloren an Leben. Gar nichts. Die haben jetzt noch gerade keinen Python, leider. Nein, ich bin gerade mit denen. Wie viele sind denn da, Alter? Das ist ja eine ganze Armee an Frontsoldaten. Die müssen jetzt erstmal schön geschnitzelt werden. Das ist jetzt ein neues Wort, schnitzeln. Oh je, ich habe einen Amoklauf. Jetzt weiß ich, was das ist. Und, was ist es? Es ist einfach nur, wenn man irgendwie drei oder fünf, ich bin mir nicht ganz sicher, feindliche Piloten in einem Titan abschließt. Ja! Oh nee, doch nicht. Hier, nimm deine Batterie. Was? Äh, nicht du, ich meine den anderen Dude, weil dem wurde gerade eine Batterie geklaut und ich habe den Piloten getötet, nachdem er die Batterie hatte. Ja, hier ist einer, der ist. Also ich meine, Batterien kann ich immer gebrauchen, so ist nicht. Ja, jeder kann Batterien immer gebrauchen. Ben, was schmeißt jetzt einfach deinen Sack in mein Zimmer? Also seinen Sitzsack, selbstverständlich. Fuck, Alter, ich bin so am Arsch. Hey, wie habe ich den jetzt nicht bekommen? Ach, da steht ja jemand. Wie habe ich den nicht erwischt? Ich habe ziemlich oft verfehlt mit dem Nahkampf gerade. Schwertsystem, lass mich durch, ich bin Arzt. Wer redet? Keine Ahnung. Wo ist denn der feindliche Titan? Hier hinten, den zerhacke ich gerade. Der landet da oben. Was? Jetzt ist er tot. Der Titan? Nein, nicht der Titan, der Pilot, der aus dem Titan rausgesprungen ist. Echt jetzt? Darf ich den Titan töten, bitte? Was? Welchen? Achso, ja, ich bin eh nicht bei dem. Achso. Ich habe den anderen gerade umgebracht. Ah, hier droppt gerade eh einer. Ah, ne, das ist ein Reaper. Nein, ich hätte ihn gerade umbringen können. Wofür gibt es Reaper, Alter? Dass sie nervig sind. So unendete Treibzeile. Weg mit mir, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Puh, wo konnte ich gerade dem Ronin hier noch entkommen? Ihr werdet erst mal hart auseinandergenommen. Die haben eine sehr lange Lebenszeit hier, die gefeindlichen Titans. Oh. Scheiße, jetzt wurde ich finished auch noch. Gerade, wo mein Upgrade-System fertig war. Ah, was ein Müll. Was sind die denn? Ich lasse den Ronin lieber in Ruhe. Ich bin lieber auf die Piloten hier. Ah ja, scheiße, ich kann ja zerbretend werden. Ich vergesse es jedes Mal, Alter. Fuck, der wurde mir weggesnackt. Oh, Alter, der wurde auch... Ah, hab ich da jetzt gerade einen Titan-Tippon gelegt? Nice. Ähm, an mir klebt ein Dings da. Ich sehe es, ja. Das ist schön. Den hat der mir jetzt einfach geklaut mit seinem Ronin. Nein, ich wollte gerade... Ah, ich hab mich zu sehr auf die Piloten konzentriert. Nein. Aber wir haben schon gewonnen. Ja. 32 Kills wieder. Läuft. Ronin, Alter. Wieder mit Ronin. Das tut gut. Ha! Du kommst nicht in deinen Titan rein. Nicht bei mir. Haben wir noch irgendwo Piloten von denen? Äh, zwei Piloten leben noch. Ja, hier ist gerade ein Scorch. Oder zwei... Ein Pilot und ein Titan. Ey, den wollte ich gerade... ...beklauen. Dann beklau ich ihn nach dir. Warte. Komm her! Ich beklau dich. Dann nicht. Äh, es sind noch zwei Gegner Rückenheiten. Ja, jetzt. Ja, jetzt nicht mehr gleich. Ja, ich wurde umgebracht, weil ich den einen geklauen wollte. Oh fuck, da ist ein Reaper, der auf mich losgeht. Fuck, ich bin down. Hast du dich selbst umgebracht? Nein, ich hab jemanden noch schnell umgebracht, aber der Reaper hat mich getötet. Ja. 32 oder beziehungsweise 33 Kills eigentlich, aber nach Sieg wird ja nichts mehr gezählt. Ja. Die ist schmackhaft. Deine 8 Kills sind auch schmackhaft, würde ich sagen. Das waren wenigstens nicht die wenigsten. Ah. Ich hab schon Ewigkeit nicht mehr mit Ronin gespielt gehabt. Das hat gut getan. Das hat gut getan.